Herzlich Willkommen. Mein Name ist Sven. Heute zeige ich euch Kartoffenkuchen. Nein, 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 es ist Spaß. Heute zeige ich euch Ebsen Gnocchi mit grünen Spargel und extra Ngo-Sauce. Zuerst Kartoffen-Gallen kuchen. Ich habe es gesagt. Inzwischen seid andere Zutaten vorbereiten. Willst du zusammen mitkuchen? So, wollen wir anfangen? Zutaten. Und Stamfen. Zutaten. Alle Kartoffeln in Arbeit platlassen. Vorkorn linker Mehl. Kartoffeln Steak. Und das ist Ebsen. Ich habe mit dem Mixer 5 Pürieren. Noch ein bisschen Salz dazu. Zwei Pürieren Muskel. Alle zusammen mischen und kneten. Heute ist eine grüne Gnocchi. Diese Teile ist sehr kläbig. Ich muss ein bisschen mehr dazu. Teilstuckteilen und anfangen. Rohren. Jetzt schneiden. Jährle GK 1,5 bis 2 cm. Noch ein bisschen mehr. Dann rollen. Jetzt machen wir die Gnocchi Form. Die Gnocchi Form ist ganz einfach. Ein bisschen drücken, drehen. So, ganz einfach mit dem letzten Teil weitermachen. Bisschen Salz im Wasser. Wasser auch gekocht. Gnocchi langsam geben. Ich hab die Gnocchi in Wasser noch nicht verlorum. Ich hab die Gnocchi einfach in die Fiegel. Und noch ein bisschen mehr. Nächsterㅋㅋ Bisschen. Dinge An dieser Stelle. und abtürfen lassen. Jetzt die zweite Hälfte weiter kochen. Nächster Schnitt, ein bisschen Oliveröl in die Pfanne und anbraten. Hier müsst ihr auch zweimal. Rosmarin, fein hacken, ein bisschen Rosmarin geben, Salzpepperwüste, Hala, die letzte weiterbraten und im Backofen warme harten. Jetzt braten wir die Spargel, habe ich schon geschält und ein Stück geschniedert. Ganz einfach, wenig Oliveröl, Spargel dazu braten, 3-4 Minuten. Äpfel dazu, 1 Minuten Blitbraten, Salzpepperwüste, fertig Spargel im Backofen warme harten. Jetzt noch eine wichtige Estragon-Sauce. Olivenöl, Vollkondigmen, Dunsten, Wasserabloschen, Sojasahne, noch ein bisschen Tamari, Banenmus, Äpfelblocken, Salzpepperwüste, Salzpepperwüste, Das ist eine krämmliche Soße. Noch eine Erdstrahlung. Die frische Erdstrahlung jetzt mag wunderschön. Ola, jetzt essen! Spaghetti mit Extraconsauce und eine wunderschöne Kombi zusammen. Hausgamer ist immer besser, brauche ein bisschen Zeit, aber ganz Familie glücklich, so schöne Letze. Also, bineh tabu, cuci, sauer, bis anusma. Tschüss! So good! Mmh.